Drei, spreng die Kerne, sobald Ihre Schiffe in Reichweite sind. Folge mir! Jage den Kern hoch. Jetzt! Prezision um jeden Preis. Ihre Flotte darf Chandrila nicht erreichen. Ich muss nur ein bisschen Abstand gewinnen, das ist das Problem. Ein Rebellenjäger schlattet die Zielerfassung. Rebellenschiff ist in Position. So, und hin zurück in den Kampf. Der Starhawk wird komplett schutzlos sein, sobald wir fertig sind. Ja, ich hoffe es hier mal. Ich schulde dir mein Leben. Jage den Kern hoch. Jetzt! Ich wurde getroffen! Gern geschehen! Schneller, Titan! Die Korventen dürfen das Tömer-Selt nicht durchqueren! Dann sollten wir aggressiver vorgehen! Spreng den Kern, um diese Wellen zu töten! Oh, gut gemacht, Titan 3! Die Feinflotte ist schwach ohne diese Korvette. Die Korventen sind erledigt! Jawohl, die haben wir schon mal. Ein Alter-Konvoi ist auf dem Weg! Ich schulde dir mein Leben! So, und jetzt? Die Korventen haben wir. Wir werden sie empfangen. Titan 3 scannen mehr Kerne. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um das Minenfeld vorzubereiten. Information! Er ist aktiv! Aktiv, Herr Kahn! Er ist aktiv! Information und bereit! Du bist dem Kern zu nahe, nicht selber! Der Kern ist aktiv! Das sollte klappen! Das sollte klappen! Der Feind zielt auf mich! Fangjäger sind eingetroffen! Vernichtet sie! Mein Chef hat was abbekommen! Mein Chef hat was abbekommen! Aufpassen! Ich kann die Kerne gar nicht kennen! Ah doch! Die kriegen da hinten nicht gerne noch welche! Okay! Zerstöre die Jäger der Neuen Republik! Darum kümmern sich unsere Leute! Wir... Eine der Wellenjäger startet die Zielerfassung! Aktiv und bereit! Bin an deiner Seite! Die Schilder halten noch! Den können wir verwenden! Wenn der hochgeht, gehst du drauf! Der Weg! Der Weg! Der Weg! Zum Glück war ich gerade zur Stelle! Der Weg haben wir so gute Schilde! Ohne deine Hilfe hätte ich das nie geschafft! An deiner Seite! Direkt hinter dir! Der Weg! Ich bin in der Bauer! Der war inaktiv! ok dann können wir uns jetzt mal um die jäger du hast mir das leben gehört aber ich glaube ich fliege hier einfach hühnlos rum der klassiker zum glück haben wir so gute staffel da falle ich nicht weiter auf jawohl den haben wir auch ich bin in position sammelt euch und macht euch bereit für den hinterhalt ja moment ich muss erst mal schauen wo wir sind wir sind zu schnell es kann weitergehen das witzige ist unsere schiffe halten aber die gegnerischen schweiß eins ist entkommen ja wir haben es korvetten im anflug reichen die kerne um sie auszuschalten hoffentlich du bist im explosions bereich des der fein hat mich erfasst der fahr eliminiert ja 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 wir müssen hier eigentlich nur aushalten ich schulde dir mein leben nur noch eine koffel üblich bringt es die rebelle brennen guter schuss würde man so schön dass es mir war das sehe ich aus dem minenfeld kommen gut gemacht die tarnstaffel sammelt euch haben wir gerade eben einfach verpennen die corvette haben wir echt übersehen aber kann ja mal passieren eine rebelle fregatte ist im trümmerfeld verstanden oberseer titan angriff formation folgt mir und greift die fregatte an diese narren sie unterschätzen die überlegenheit des imperiums überlegene stärke sie werden ins dort nicht in dieses feld fliegen ohne zu wissen was sie dahin erwartet wenn die neue republik ein derartiges risiko eingeht wie viel ist ihnen dann der starhawk wert schlug um ihre moral zu zerschlagen sobald sie zerstören du kannst mir nachher danken pass auf wir haben dich gleich dieser schild sollte dir helfen auf diese stil titan Wir müssen die Fregatte zerstören. Die Fregatte ändert ihren Kurs. Sie haben die Hölle durchschaut. Oh scheiße. Titan 3, scanne die Kerne auf Aktivität. Die Rebellen ahnen nicht, dass ihre Fregatte dem Untergang entgegen fliegt. Sie haben die Kerne wohl nicht verlehrt. Sie sind verzweifelt und unachtsam. Ausgezeichnet. Aktive Kerne bestätigt. Das ist unsere letzte Chance, Titan 3. Warte kurz, ich muss nachladen. An deiner Seite. Sie sind fast da. Macht euch bereit. Die Fregatte ist fast in Reichweite der Kerne. Ich werde angegriffen. Warte noch für den richtigen Moment, dann macht sie fertig, Titan 3. Ich würde sagen, du schuldest mir was. Jawoll, das haben wir auch. Gut gemacht. Die Fregatte wurde zerstört. Das ist eine Untertreibung. Overseer, wie ist die Lage? Kehr zu Overseer zurück und tankt auf. Werden sie genau da, wo wir sie haben wollen. Der Starhawk ändert seinen Kurs. Sie fürchten euch, Titan Staffel. Und das zurecht? Wir haben die Rebellen in Richtung des Ringali Nebels gedrängt. Ihr wird blinden Javes zusammen mit seinem Starhawk untergehen. Das hat ja gar nicht mal so schlecht geklappt. Oh, jetzt sind wir wieder bei den Rebellen. Können wir reden? Bereite Notentführung des Ringaliens?